Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem brandneuen Livestream und zwar spielen wir Trouble in... E.O.S.T.A.R.E.S.A.R.E.S.A.R.E.S.A.R.E. Genau, das haben sich ja sehr viele gewünscht, denn ich habe ja auf Facebook und auf YouTube nachgefragt und auch auf Twitter, was wir denn spielen sollen. Und viele haben gesagt, bitte spielt Arvita.TV in eure Truppe. Und heute ist es soweit, wir spielen. Ich hoffe, das Film funktioniert und so weiter. Wir müssen natürlich gucken. Und diesmal mit Facecam. Also ihr seht... Ja. Und wir sind alle versammelt. Leno ist heute auch dabei, der Curry ist dabei, der Major, der Bronze, auch natürlich On-Air, PayZ. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal... Oh, warte mal. Wir fangen einfach mal an zu spielen, oder? Läute mal die Glocken. Leno, hast du das dann? Ja, ich läute die Glocken. Auf jeden Fall eine richtig coole Map, wie ich finde. Alter, das kann... Das habe ich ja gestern noch nicht gesagt. Das kann hier nur der Traitor, ne? Mit den Glocken, äh, mit den Cronleuchtern. Nein, das ist ja gar nicht so. Das stimmt ja gar nicht. Doch, das können nur die Traitor. Nein, das fällt immer random runter. Nein, ich habe das gestern die ganze Zeit gemacht. Ich habe einen Abwehrstein. Ihr könnt mir nichts tun. Der fliegt ja so. Also, an alle, die hier mitspielen, ihr dürft logischerweise nicht in den Chat gucken. Ihr dürft den Stream nicht aufhaben. Ich habe den Abwehrstein. Mach du mal, Bronze. Ich habe den aber auf, warte mal, ich schließe den mal hier. Ich habe den aber auf. Bananenlieferdienst. Leno ist Traitor, er trägt eine Banane. Er trägt, bist du da? Hier ist ein ganzes Bund. Hier ist seiner Tod, Leno. Hier ist seiner Tod. Hier ist seiner Tod? Boah, die Flip-Banane, ne? Bronze ist tot. Ich bin hier mit Major und mit Dennis. Leno, Major? Leno, warst du das, Alter? Also, Lendo war die ganze Zeit alleine mit einem Stein hier. Ich habe keine Ahnung, was ich habe gesagt. Nein, das ist eine Banane gewesen. Ich weiß ja nicht, was du für Bananen isst. Du weißt ja nicht, Bananen, ja, Mann. Ja, aus der Küche. So, warte, du kannst halt irgendwas von dem Stein gesagt. Fake, Frau außerhalb der Küche. Patrick, lebst du noch? Der Abwehrstein, der war von Bronze. Der hat aber anscheinend nicht gehalten. Patrick? Buch? Patrick? Ey, ich habe das Radio ausgemacht. Alter, Leno. Was war das denn? Boah, ich hatte aber einmal voll, warte mal, Moment. Wer war die letzten, Alter? Ja, bitte. Alter, wie jazig war das denn, Dennis? Benutzt niemals einen Abwehrstein. Weißt du, was das Geil ist? Ey, ich tapp kurz raus, wieder rein. Lieg ich auf dem Boden. Ja, ich auch. Sollte man nicht tun, Patrick. Ich habe kurz den Twitch-Chat hier ausgemacht. Ich sehe, Dennis ist Traitor und ich bin tot, weißt du? Ja, genau. Genau, bei mir. Sorry. Ja, was machst du da unten? Ich musste kurz, äh, meine Mutter hallo sagen. Patrick, ist schon aggressiv? Nein, gar nicht. Warte mal, was ist denn los? Oh, die Abwehrsteine gemampft, ne? Oh, macht das Licht wieder an. Was? Hab ich mal angefangen. Ich hab immer ganz kurz Blackscreen, was ist denn da los? Oh, Sibirn. Lass mal in Ruhe, Alter. Ich weiß, woanders liegt. Eine Sekunde. Diese Wahnsinn, Alter. Bin hier unten im Keller. Oh, das Gewitter immer. Ja, Wolltze? Warte mal, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Was ist denn da los? Hier, die Tür geht gar nicht. Ach doch, guck mal. Geil, doch, Flimmer 2. Oh, von Leil. Wenn du Traitor bist, dann bist du ein Assi. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Was war das? Ja, der hat immer ein Hühner gedroppt. Ach, der, Huhn. Das macht nur Leno. Immer der Leno. Was? Stimmt. Wunder, oder Leno war das. Witz, ich bin hier im Keller irgendwo. Ja, ja. Ich hab gar nichts gemacht. Da, wer ist da mit mir hin? Wer ist da? Der Curry? Ich war das Huhn. Leno. Ich bin das Hühne. Ich bin das Hühne. Ich weiß immer noch nicht, wie das Licht hier ausgeht, Leute. Das ist die Macht des Abwehrsteins. Curry und Major Laufen, wer ist das hier? Du musst einfach da zu der Treppe gehen und dann den betätigen, den Lichtschalter. Wo ist denn das Hühnchen überhaupt? Unten, in der Eingangshalle. Ist das okay? Ja, also, da kann ich ja gar nicht gewesen sein. Ja, ja, Leno. Ich glaub, der Bronzer würde mich einfach hier runterlocken, oder? Conte, dann sehen wir doch mal zusammen. Ey, was ist das denn, Alter, für ein Geheimdruf? Sie können mal da. Conte in Hotel, was? Siehst du auf das Hühnchen, Leute? Boah. Alter, jemand schießt hier rum. Oh, ich schreck mich da nicht so. Ich hab nur das Hühnchen kaputt gemacht. Ich hab nur noch 50. Was? 50 Hühnchen? Nein, Gesundheit! 50 Chunk-Meng-Nugels, aber... Oh, oh! Wer ist das bei mir? Ey, wer war das? Alter, wer ist das? Wer ist das? Wer hat die Hühnchen geschmissen? Leno. Ihr müsst es in die Kommentare schauen, ich les mal so ein bisschen. Ganz klar, Leno, alle sagen Leno. Alter, alter, ein Cheater hier, oder? Alter, alter, ich wusste es doch. Ich wusste es, ist er tot? Der ist tot. Moment. Boah, mich hat's hart erwischt. Sehr schön, Leute, sehr schön. Ja, ich auch nicht. Ich hab mit drauf geschossen. Ja, dann ist es Dennis, ne? Alle eure Vermutungen in den Wind geblasen. Wer bläst, was? Der Ding ist... Warte mal. Sind das Babyschrungen? Also du musst dagegen lau... Also Leute, der Dennis ist tot. Kann er nicht sein. Dann entweder Doppelgänger oder Curry hat's gut gezahnt. Nein, ich schwöre es nicht. Ich schwöre es nicht. Aha, er hat's gerade zugegeben. Ich bin nicht Trader, hundertprozentig. Also wenn du mich killst, ne? Ich dachte, das können nur die Dingens hier. Ne, das kann nicht jeder machen. Das mit den Kohnleuchtern. Das Licht hab ich auch ausgemacht. Bro, 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 Bro. Wer hat das gerade gemacht? Ähm... Was willst du von mir? Ich hab eben auf Dennis geschossen. Der Bronzer? Der Bronzer verpisst dich so gleich. Ich denk's zu dir an, Alter. Wenn Payset da irgendeine komische Scheiße macht, Alter. Ich bin's nicht. Payset ist hier bei mir. Kannst du das belegen, irgendwie? Ja, die haben auf Mater geschossen. Lennow hat ihn getötet. Ich hab auf Payset geguckt, weil er sich so komisch verhalten hat gegenüber Curry. Ja, Lennow hat ja gesehen, als ich mit drauf geschossen hab. Ist mir jetzt egal, ich geh in den Keller, ich hab Zeit. Ich hab Zeit, ich hab Zeit. Ja, aber da muss sich Dennis irgendwo hier verstecken, oder? Ja. Also ich bin da auch auf jeden Fall. Wenn der Dennis sich wirklich... Weil da stand, er wurde von... Oder er wurde von dem Baby gekillt. Habt ihr gesehen, wo das Baby hingeflogen ist? Ja, das ist... Das kam von der Treppe. Ja, das kam von der Treppe, Leute. Ist es in Richtung Dennis geflogen? Ja, ja. Das war der Patrick mit der Sniper. Patrick? Okay, dann ist es Bronze. Nein, der Schuss kam von unten. Ich bin oben auf dem Dachboden. Ja, du kommst auch von unten. Dann komm ich jetzt hoch und er schießt dich. Hallo, Bronzi-Beard. Wo bist du denn, mein Freund? Ja, was ist mit Patrick, Alter? Hallo. Yo. Yo. Sau, ey. Aber Lennow war Traitor, oder? Scheiße, Mann. Ich wollte eigentlich Major wiederbeleben, aber es ging nicht, Mann. Lennow war kein Traitor? Nein. Es war Major und Bronze. Genau. Bronze, bitte. Als Traitor musst du mich unterstützen, Mann. Die schießen dich ab und du guckst zu. Ja, ich habe immer einen, der Stream nicht geht. Unbedingt auf Saw stellen und vielleicht einmal die Seite aktualisieren. Wäre nett, wenn die Leute... Ja, aktualisieren ist immer ganz gut. Wir sollen nicht so durcheinander labern. Ja. Das ist nicht so einfach, Alter. Warum, Major liest du den Chat? Mach den Chat aus, Major. Alter, ich habe nur den Chat. Oh, da hat er sich verraten. Nein, aber den Chat musst du aus. Alter, ich habe immer ganz kurz schwarzes Bild. Ach so, okay. Ich habe kein Bild, halt nur. Boah, mit mir ist es so unglaublich kalt, Freunde. Der Major mit seinen Machenschaften. Alle Freunde. Mann. Ich will mal tatsächlich Traitor sein. Hier fällt schon wieder die Bude ab. Curry. Was denn, Dennis? Was denn? Willst du mich abschießen, hä? Was ist da los? Curry hat auch mich geschossen. Alter. Die Heizung funktioniert in der Bude nicht. Weißt du, ich war mit ihm oben alleine auf dem Dachboden und er schießt mich ab. Ja, das ist Schwein. So nicht Curry. Gut gemacht. Gut gemacht. Er ist tot, oder was? Ja, ja. Der hat oben auf dem Dachboden auf mich geschossen. Okay. Okay, ey. Ist doch schlecht. Warum bleibst du bei mir? Ja, weil du ihn getötet hast. Ja, du bist kein Traitor, ne? Genau. Oh, stimmt. Ich habe ihn ja bestätigt. Ja, deswegen. Aber Patrick. Patrick, du. Voller Vogel, der Junge, Alter. Weißt du? Fängt er, schießt er auf mich. Und merkt dann so. Es ist mir noch nie passiert. Der Sniper. Ey, geht doch mal weg von mir. Was wollt ihr? Ey, der Patrick und der Major sind richtige Traitor, Alter. Ja. Ich weiß, dass du es nicht bist, deswegen... Ja. Vor allem, weil ein Traitor schon tot ist und beide Traitor. Da ist der Major. Warte mal, wurde gerade nicht der Major gekillt? Payset wieder. Der ist immer so, weißt du. Nee. Der Payset ist immer bei mir hier. Der geht nicht weg. Guck mal, wie der die ganze Zeit alleine hier steht. Ich lebe nicht. Ohne Scheiß. Wenn Payset Traitor ist, dann geht der einen immer so voll hinterher und so. Ja. Guck mal, der zielt auch. Geht doch mal weg, Leute. Töte mich, komm. Na komm. Na komm. Hat denn eine Granate geschmissen? Ja, das ist ein Dingsjahr. Ja, ja. Hat Dennis jetzt eigentlich Curry getötet? Wie ist der Curry denn gestorben? Guck mal. Guck doch mal. aja schalte sie. Nein. Ich hab ne Aerobaffe. Ja, Mann ich weiß nicht. Wer von euch beiden das ist, die Affen. Curry und Denise sind das. Die haben'm tot vorgetäuschte. Kidding. Fuck! Alter Schwede, das war jetzt nicht wirklich so, oder? Deniz hat Curry getötet und hat ihn wiederbelebt. Ja, aber das geile war, das geile war, Patrick und Bronze standen die ganze Zeit um Deniz herum und haben einfach zu... Ich pack kackendreiste Defi aus, also die checken das gar nicht. Ich hab den confirmed gerade nochmal, ich bin nochmal da reingegangen, keine Ahnung warum, aber... Ich hab das gesehen, Deniz sogar, aber ich wollte es nicht glauben, weißt du? Der Guter hat es nicht glauben. Der Bronze hat es einfach nicht gescheckt, weißt du? Und jetzt wird er es vertuschen. Nee, ich hab gesehen, das sah so aus, als hätte er eine Bombe in der Hand. Ja, warum hast du ihn dann nicht abgeschossen? Ja, ich hab nur drauf gewartet, bis irgendwas passiert. Achso, das macht man natürlich so. Warte, was war denn da, du? Ja, man weiß es nicht! Ja, man weiß es nicht! Du bist ruhig. Alter, hier liegt ne Axt. Die kannst du aber leider nicht. Ich hab immer kurz... Vielleicht mal von Vollbild im Fenstermodus wechseln und wieder zurück. Warte mal. Ja, ich mach das mal, wenn ich tot bin. Richtig exklusiv. Ich hau dir einen mit der Pfanne über den Kopf, wenn du was machst. Besser 1,5 Stunden die Pokémon-Werb gespielt. Ja komm, jetzt den Shotgun, Deniz. Das wär am besten gewesen. Beh, Major, du tötest mich jetzt, ne? Wenn der Major mich jetzt tötet, hat er mich in der Falle gelockt. Oh, sorry! Ich konnte das nicht wissen, also... Alter, Curious! Guck mal, da liegt ein Baby, Alter! Guck mal! Dennis? Das fliegst du weg, Alter! Warte, ich nehme das mit, Mann! Warte mal, wieso habt ihr ein Baby? Ja, das ist meine Traitor-Waffe. Guck mal, hier hab ich mein Baby runter. Das lag da auf dem Bett. Wir hätten da ein Sturz geboot. Patrick, ist das dein Baby? Halt das mal hoch, Cory, dann schieß ich das mal ab. Nee, ich bin nicht schwanger gewesen. Was macht ihr hier? Dein Baby, das ist eine Puppe einfach nur, die lag da auf diesem Bett. Natürlich ist das ein Baby. Puppe. Die Annabelle. Was, die ist Annabelle? Sie wird dich töten! Dennis, wo bist du? Ich bin hier oben. Wer schießt, ey, der schießt. Alter, Bro, ich bin aber... Habe ich mich gerade erschrocken. Muss ich eine Zielschussübung machen, hier. Ja, was ist das denn? Bronze? Ich bin hier mit Macher, ich bin hier mit Macher. Ich bin hier mit Macher, ich bin hier mit Macher. Ich bin hier mit Macher, ich hab mich hier gebückt. Ich bin jetzt bei Dennis. Ja, ich wollte mich verstecken vor euch. Ich wurde beinahe vom Bügeleisen, ach Quatsch, vom Bügelbrett erschlagen, ey. Schwierig. Das Kabel von meinem Bildschirm oder so, irgendwas ist damit. Alter, was ist das für Geräusche? Oha, hier, 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 wer ist das? Payset! Du Sau, Alter, ich hab's genau gesehen! Komm her, du Schwein! Ich hab das gar nicht gemacht, der Macher war hier. Ich verfolg ihn, er ist jetzt unten, er geht runter in den Keller. Komm her, du Sau! Verfolgungsjagd! Waaah, scheiße! Ah! Alter, ich war das nicht! Wer war das denn jetzt? Wer war das denn jetzt? Ich war das wirklich nicht! Exekiel, ey! Äh, Dennis ist tot oder so. Boah, ihr seid echt so blöd, warum schießt ihr auf mich? Dennis? Ah, süß, ey. Ja. Achso. Adrig, lebst du noch? Also, du bist jetzt tot. Bronze, Bronze? Also, ich nehme jetzt mal, dass du tot bist. Bronze? Bronze ist tot. Nein! Was ist denn los? Ich hasse euch alle! Boah, unsere Mierde! Oh, das kann ich sein! Leute, ich habe mir alles lagged. Warte mal, ich guck mal kurz, woran das liegt. Im Notfall streamen mit 720p. Nee, ich weiß, woran... Ach, Quatsch, du mit den 720p. Ich weiß, woran das liegt. Super, dann. Ich stream... Ich lag grad noch hoch. Äh, vier Minuten noch, Leute. Tut mir leid. Ich hab das voll vergessen. Moment, ich binde das mal. Sorry, ey. Alter, was war das denn? Sehr geil! Sehr geil! Alter, was war das denn? Konntest du den Eisern, Patrick? Jetzt dürfte das Team deutlich besser sein. Ähm, das Baby hat übrigens der Major verschossen, aber ich war trotzdem Traitor, also insofern. Ach, was. Nice Job, Patrick. Aber gut das, liebe Freunde. Oh, Paz hat Traitor, aber wusste ich ja schon gar nicht sein. Egenfalls, sorry, wegen den Lecks. Das war absolut meine Schuld, ja. Warum wusstest du das, Bronze? Du konntest es ja gar nicht wissen. Ja, Mann, ich kenn dich doch, Alter. Ja, du dachtest, weil ich das Baby geschossen hab. Hab ich aber, Alter. Der ist mega leck, Leute, weil ich aus dem Spiegel... Oh. Aber das mit dem Bildschirm macht viele Sorgen. Das ist einmal so... Keine Ahnung. Mal rumswitchen. Naja, egal. Du hast alle Bildschirme kaputt momentan, oder? Deswegen hab ich auf zwei am PC angeschossen, weil alle kaputt sind. Der andere war doch kaputt. Ja, einer. Du hast ja fünf, ne? Wie bei der NASA so, weißt du? Natürlich. Ich bin doch ein Röstchen. Ich bin doch so ein... Alter, der schießt ja jetzt schon wieder rum. Jetzt kann der schieb nicht mehr, äh, legen, Leute. Konze ist alles. Kackwaffe. Feierleggen. Konze? Konze, was hast du gegen die Frau? Jo, Alter, wer war das? Soll ich in die Kamera winken. Dennis war das. What's going on? Ich erschieß Dennis. Da ist doch schon die Traitor-Falle aktiviert. Da nochmal. Keine Waffe. Ja, wer war denn das? Ja. Guck mal, der... Lennos Traitor hundertprozentig. Warum? Lennos hundertprozentig Traitor, Leute. Ich bin auf der Suche nach einer Waffe, Alter. Hundertprozentig. Kommen wir da. Ich hab immer schon das Bild kurz. Weil er von oben hier die Traitor-Falle aktiviert hat. Merkt euch das. Der ist hundertprozentig. Da gibt keinen Sinn. Du kannst das von komplett around the map machen. Das ist around the map. Aber keiner wird das dort in der Nähe machen, sondern du willst das hier oben machen. Okay, und wer weißt du das, Lennos, dass man das around the map machen kann? Ich wusste das gar nicht. Das geht bei jeder Traitor-Falle. Aber nein, ich wirf dir das nur vor, weil das logische ist von oben. Das Ding ist ja, der würde es ja nicht machen, wenn er es nicht sieht. Das macht ja keinen Sinn. Doch, der würde es machen, wenn er es sieht. Ich kenne ihn nicht mal. Merkt euch das einfach. Merkt euch das einfach. Merkt euch das einfach. Deswegen sag ich ja, er würde es nicht machen, wenn er nicht gerade in der Nähe. Ja, wir merken schon, es sind fertig. Oh, kann mal einer die Musik ausmachen. Hier ist nur Scheiß am Start. Höre, ich beobachte dich nur. Ich will nur gucken. Was denn hier? Bin ich hier? Alter. Ich will nur jalalala. 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 Schibumm, schibumm. Boah, hab ich mich erschrocken. Wow. Patrick, Alter. So alt bin ich gar nicht. Wehe. Jalalala. Schibumm, schibumm. Jalalala. Jalalala. Schibumm, schibumm. Jalalala. Wer war das? Jalalala. 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 Ist das denn da vorne? Major. Payset. Wonsten, wo bist du gerade? Bin ja gerade bei Payset. Eingangshalle. Ach, du bist gerade bei Payset. Leno ist auch hier am Start. Alle am Start. Ich bin alle im Start hier. Und Dennis ist tot, oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist richtig bitter. Boah, weißt du das? Ja, weil Dennis nichts sagt die ganze Zeit. Ja, weil er Probleme hat. Okay. Dennis. Und vielleicht tot ist. Wo kann man eigentlich jetzt das Licht ausmachen, sag mal. Das wusste ich die ganze Zeit schon nicht. Ich gehe unten in der Eingangshalle. Das habe ich als erstes gemacht. Du gehst hier runter. Ach, da ist auch hier dieser Stromkasten, ne? Hier. Und dann da. Alter, wenn der, ey, der Leno... Guck mal, Dennis ist tot. Keiner merkt das, ne? Ich war aber auch nicht bei Dennis. Ja, wissen wir doch, dass er tot ist. Alter! Ich habe gerade voll den Schaden bekommen. Von wem. Irgendwas ist auf mich drauf gefallen gerade. 100% Traitor, Leute. Ey, irgendwas ist gerade auf mich drauf gefallen. Was war das? Wo warst du denn? Hier vorne bei dem Stromkasten. Aber guck mal, Curry. Ja, was soll denn da fallen? Du denkst da immer ordentlich mit, ne? Ja. Du hast das ausgemacht, Payset. Weil ich das geil finde. Wenn alle unten sind und Leno ist nur oben, ne? Ja. Und auf einmal fallen die Dinge dann da runter. Ja, ich sag ja. Ich habe ja gesagt. Er würde es ja nicht aktivieren, wenn er nicht sehen würde, was er da macht. Oder wann er es aktivieren soll. Ja, genau. Macht ja keinen Sinn, dass er es aktiviert und da ist keiner in der Nähe. Ui. Mach das Licht mal wieder an. Ja, ich mach wieder an. Moment. Ja, bitte mach wieder an. Das ist doch alles. Ja, doch. Das ist voll Schreckhaft, ey. Das ist nicht schlau, Leute. Wirklich gibt das Sinn. Unglaublich Schreckhaft, Alter. Lass mal mit dem Töten anfangen. Ich frag mich echt, wo Dennis liegt, Mann. Ja. Hat jemand von euch Dennis gesehen? Das wisst du? Zeig mir doch, wo ihr ihn hingelegt seid. Ernst, Bronze? Verpiesel dich, Curry, alle. Stopp, stopp, stopp. Hört alle zu. Bronze ist der nächste Verdächtige. Ich habe vor einer Minute gesagt, ich habe gesagt, keiner merkt, dass Dennis tot ist. Bronze sagt doch, das wissen wir doch. Und jetzt fragt er nochmal. Ja, das habe ich nämlich vorhin auch gefragt. Ja, was ist los, Bronze? Ja, Major, du brauchst mich jetzt nicht zu Unrecht beschuldigen, du weißt ganz genau. Boah! Wer war das? Wer hat da was weggesprengt? Also ich habe Schaden bekommen. Ja, weil Dennis die ganze Zeit nichts sagt. Er würde nichts sagen, Alter. Nein, ich weiß nicht. Ich habe eine Schrotflinte, Mann. Das war eine Sniper. Ich schwöre es, es bin es nicht. Hallo, beruhig euch doch mal. Ich habe doch eine Schrotflinte. Das habt ihr doch gehört, Leute. Wollt ihr meine Waffe ausprobieren? Alter, ich habe sechs Helps. Major, ich gehe einfach davon aus, dass er tot ist, weil er nichts sagt. Wieso sollte ich halt nichts sagen, die ganze Zeit. Aber warum? Achso, okay. Die Mucke dazu, ey. Ich gehe kaputt. Ja, die Mucke ist krass, ey. Also, an die Zuschauer gerade kurz. Ich musste hier gerade irgendwie, keine Ahnung, ich habe Schwarzbild die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, also beim Bildschirm. Irgendwie findet der dann... Ja, geil, wir schießen da auf mich. Okay, FZ ist es nicht. Der Curry beim Todfaken... Lennow ist es, FZ. ...getötet. Curry war tötet. Ah, Lennow. Habt ihr gehört? Oh, Alter, scheiße. Lennow ist das Major. Ich wusste es doch, Lennow. Mann, 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 Mann. Was ist da wieder los, hier? Scheiße, ich habe mich weg... Pass auf, geh weg, geh weg. Habt ihr gehört? Curry wollte sein. Der ist hier oben. Ah, jetzt habe ich Bild. Super. Wollen Sie lehnen es noch? Ja, ja, der ist hier oben, der ist runtergegangen. So. Der ist hier reingegangen, der Schacht. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. So. Sorry nochmal, dass ich da spreche. Ich muss es nur gerade kurz erklären für die Zuschauer. Ja, mach ruhig. Ja, ja. Jetzt dürfte es wieder gehen. Hendo ist hier. Wo? Super, Alter, super. Da kriegst du nichts mit hin, da kriegst du nichts mit hin. Hammer, Hammer. Scheiße, Mann. Hätte ich das ein bisschen früher gemacht, ey. Ja, Mensch, hab was für dich, Alter. Komm, ey. Das wäre so geil gewesen. Ich hatte keinen Befi mehr. Alter, geil, Mann. Geil, Mann. Also, ihr wundert euch sicherlich. Äh, ich muss es noch mal ganz kurz erklären. Bei mir war das so am Bildschirm immer, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kamera an sich gewechselt habe, ist mein Bildschirm kurz schwarz gegangen und dann hat er wieder geswitcht. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so der Fall ist. Äh, deswegen muss ich ja gerade ganz kurz reinquatschen. Tut mir leid. Äh, ich hoffe, dass es jetzt wieder funktioniert. Ich habe jetzt mal alles ein bisschen neu gestartet hier. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Hoffe ich. So, äh, den Upload habe ich auch abgebrochen. Also, das Team müsste jetzt auch so, äh, flüssig laufen. Also, ich sag's nochmal. Herzlich willkommen beim Livestream. Ja, das war jetzt eine kleine, äh, Proberunde. Warmspielrunde. Um es so zu sagen. So, und jetzt geht's richtig los. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Wir spielen die Lego-Map. Und, ähm, ich freue mich, dass ihr alle zu Hause dabei seid. Hallo, hallo. Und natürlich später auch auf YouTube. Und, ähm, ganz kurz zur Erklärung. TTT, äh, ich sag's nochmal ganz kurz zusammengefasst, ist mit dem Lenno, mit dem Currywurst, mit dem Major und dem Peyzett. Mit dem Bronzel. Und, ähm. Ich existiere nicht. TTT kann ich nochmal ganz kurz erklären. Für alle, die es nicht kennen. Es gibt, äh, ganz viele Spieler. Und ich bin, warum bin ich Spectator? Wie kann ich das nochmal wechseln? Ja, ich bin auch Spectator. Ach, ihr müsst das doch raus machen, den Haken. Ja, wie denn? Ich weiß nicht mehr, wie es ging. F1 oder nicht? Oder wie war das? F1 oder F2 oder so. Was für'n Haken, man? F1? Dann müsst ihr doch die Seite auswählen. Die haben noch 10 Sekunden. Also, äh, 15 Sekunden, meine ich. Aber wo war das denn nochmal? Guck mal F1. Ja und dann. Es ist alles über Traitor vs. Innocent. Ja und dann? Kannst du dann nicht das Team auswählen? Warte mal Settings. Alter, wie ging das nochmal? Bei Settings? Ja, da musst du. Oh, warte, wo steht das? Gameplay. Äh. Ich bin nochmal hier steht. Ah, jetzt bin ich da. Okay, alles gut. Ach so. Ja, ich bin auch da. Gut. Dann ist das hergekehrt. Auf jeden Fall, jetzt geht's richtig los hier. Das ist eine Lego Map und ganz kurz für TTT nochmal erklärt. In TTT geht es ja darum, dass es eben zwei Traitor oder, also es gibt zwei Verdächtige bei uns in dem Fall und die anderen sind alle innocent und die innocent Leute müssen herausfinden, wer denn der Traitor, Entschuldigung, wer denn der Traitor ist und, äh, oder wer die Traitor sind. Und, äh, die Traitor wiederum müssen die innocent Leute still und heimlich ausschalten, sodass man da keinen Verdacht irgendwie, äh, erzielen kann. Und der Patrick ist natürlich wieder an meiner Seite, wie auch immer, der alte Schmarotzer. Ähm, auf jeden Fall, äh, gibt es auf dieser Karte unter anderem einen Traitor-Tester, den man benutzen kann, aber das machen wir nicht, weil, ähm, dann wäre die Runde natürlich viel zu kurz und der Patrick hat gerade geschossen. Ey, ja, aber... Hier, der hat gerade die Armbrust. Ja. Ja, Hand, deswegen. Ja. Wer hat denn eine Armbrust in der Hand? Oh, der Köln. Wer schießt denn auf mich? Ja, da hinten. Wer ist das mit der Sniper? Ich hab gerade irgendeinen ausgeschaltet, weil er die Armbrust in der Hand hatte, aber der ist hier in diesem Gebäude festgepackt. Okay. Wer hat da gerade einer mit einem Crossbow auf dich geschossen? Ja, ich hab auch nur eine 22. Ich war das mit der Sniper, aber ich hab dich nicht getroffen. Ja, mich aber. Nee, dann war ich das nicht. Ich hab daneben geschossen, ja. Hm. Ich war es nicht. Wer war denn das da gerade? Aber du hast eine Crossbow-Mager, du hast die ver... Achso, du hast gar nicht einen Sniper, einen Handmaker. Nein, ich hab mit der Sniper auf ihn geschossen. Ja, aber wo ist denn der Sniper? Hab ich jetzt auf einen Shotgun gewechselt, weil die besser ist. Hm. Aber warum sollte ich denn dem Patrick jetzt sagen, dass ich auf den geschossen hab? Ich hab daneben geschossen, dann war das ein anderer. Ja. Also, ihr müsst dann im Chat raten, wer was ist. Ja, wer hier der Traitor ist. Also, ich tippe ja... Ich hab so eine Vermutung. Ja, tippst du auch... Sag Major und ich kriegst direkt einen Headshot, weil du dann Traitor bist. Hahaha. Major, sag ich. Ist der Echste. Machst du immer, Dennis. Jedes Mal. Also, der Curry war ja Traitor. Ja. Ja, ist der Tod. Uuuuh. Dann Leno ist die ganze Zeit ruhig. Hey, da schießt wieder einer. Also, es war... Es ist Leno. Nein, ich hab den Shotgun. Alter. Es ist Leno. Ne, warte mal. Wo ist denn der Leno? Der Bronze. Ich denke, es sind Bronze Major. Ne, 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 ne. Der Curry war Traitor. Wo ist der Bronze? Der Bronze ist Traitor. Er ist hier bei mir. In der Mitte der Karte. Ja, wo ist denn Curry, Alter? Der wer hat Curry getötetet? Der wer hat Curry getötetet? Der wer hat Curry getötetet? Der wer denn, Mann? Patrick. Ja, 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 ja. Granate geworfen. Was ist mit Patrick? Was? Dann vermute ich Major. Ja, klar. Warum auf einmal ich? Alter. Ne, der Major kann es gar nicht gewesen sein, weil ich den Major vorhin angeguckt habe und einer hat mich dann angeschossen mit einem Crossbow. Aber Major hat vorhin auch, Dings, Patrick nicht angeschossen, weißt. Das ist ja auch komisch. Ja, Bronze, mach weiter. Ja, ja, mach mal weiter. Ja, aber wenn ich jetzt einmal was sage, bin ich gleich Traitor oder was? Guck mal, wie er lacht. Ich sage, es ist Bronze. Ich habe sie, weil wir waren gerade alle auf dem Haufen. Guck mal, da hinten ist ein Tester-Bronze. Würdest du mal reingehen? Ja. Komisch, dass jeder für Dennis Traitor ist, oder? Komm links, links rum. Ja. Oder Major ist. Guck mal, wie er es ablenkt. Der Major oder der Bronze. Du legst doch ablenkt. Ne, 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 ne. Ja, Bronze, komm doch mal in den Traitor hier. Traitor-Checker. Ja, mach da nicht, sie läuft weg. Dann gehen wir nicht rein, Leute. Ich gehe auch da rein in den Traitor-Chat. Ja, geh mal rein, Leute, komm. Ja. Wenn ich jetzt tot bin, hat der Major mich abgeteilt. Ich gehe da auf jeden Fall nicht rein. Ja, super. Komm, komm, komm. Ich hab, komm. Bronze, du Affe. Ey, was machst du, Leno? Leno, Hilfe! Ey, was? Das ist geil. Bronze hat sie nicht. Was denn, Major? Was ist los, Major? Was ist los, Major? Was ist los, Major? Werte recht, du Arschkopf, du. Alter, der Bronze rennt seit einer halben Stunde mit dieser Silence-Spiegelung. Und vor allem schießt der hinter mir, Alter. Oh, Mann, ey. Warst du das eben? Mit der richtige Dreckssäcke. Ohne Chance, oder was? Ich geh nicht in den Tester, Leute. Ich sag euch das mal. Nee, ich kam da nicht mehr raus. Ich wollte da sowieso nicht reingehen, Bronze. War ein bisschen blöd dann, ne? Ja, ist ja egal. Machst ja nichts. Neue Runde aus Glück hier bei Troubling Terrorist Down. Meine Damen und Herren, der Bronze und der Curry waren die Traitor. Der Curry ist natürlich direkt draufgegangen, weil der Noob da irgendwie Kotsch gemacht hat. Nee, ich hab festgeschickt. Aber hast ja wieder nicht zugehört. Ich tendiere zum klassischen Riffler. Ich stecke immer fest bei deiner Mutter zwischen den Beinen, Kevin. Was? Ja, glaube ich, so fett wie die sind. Okay, Leute, nein. Ich hab mich umentschieden. Dennis und alle anderen. Ja. Ich bin dafür. So in Not... Ja, wie soll ich das sagen? Ich hab ja grad gesagt, nee, Traitor-Test ist scheiße und so. Aber einmal und so... Beim Verdacht kann man benutzen. Ja, genau. Vielleicht können wir so machen, dass wir mindestens eine Runde das so machen können. Ja, aber wenn wir das machen, Curry so, dann muss sich jeder dort versammeln. Derjenige, der nicht kommt, wird auch als Traitor beschuldigt und abgeklagt. Das ist dann so ne Joker-Runde oder so. Genau. Kann ich meine Mutter anrufen? Ja, wollen wir das jetzt mit dem Tester machen oder was? Joker, ja. Ich find das eine gute Idee. Okay, gut. Dann muss sich jeder... Ja komm, wir versammeln uns erst am Anfang der Runde. Jeder muss sich dann hier versammeln. Jeder. Okay. Dann machen wir das schon am Anfang. Aber Major Snitter versucht dann gleich die Suicide-Bombe hoch zu machen. Nein, nein, nein. Wie so... Na, als ob... Ich hab noch nie ne Suicide-Bombe oder so genutzt. Also ich bin hier, ne? Ich bin hier kurz vorm Eingang. Ich bin hier. Hi, Curry. Wollt ihr das jetzt machen oder was? Curry, hier teste mich. So einfach... Ne, 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 ne. Jeder nacheinander. Jeder nacheinander. Das muss erst wieder zurück... Nein, versammelt euch hier. Guck mal, die sind alle hinten. Guck mal, die sind alle hinten. Ich bin grün. Ja, kommt her. Wer geht denn da weg? Bronze. Ja, da ist ein Baby geschossen worden. KZ, KZ. Warte mal. Was? Was ist denn los? Was war denn jetzt los? Ja, aber das zweite Baby hab ich nur geschossen. Weißt du, was mir... Was bei uns mal auffällt? Wir sind alle zu ungeduldig. Wir müssen das ein bisschen hinauszögern. Ein bisschen mit der Psyche des Menschen spielen. Und nicht immer direkt bam, 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 bam. Ja, okay, tatsächlich hat er jetzt gedacht, so was soll er machen. Er hätte ja den Tester gemusst. Ja, aber... Ich hab das zweite Baby erst geschossen. Hm. Lutzgebot. Wer war denn jetzt der zweite Traitor? Und hätte dann, wenn alle hier gestanden hätten in der Reihe, hätte ich die hochgejagt. Later, eh. Ich wusste, das hat angefangen. Ich hab euch beide abgeknallt. Was ist das? Die standen alle in einer Reihe, und dann dachten wir mit dem Baby abknallen. Ich wollte euch alle mit dem Baby abknallen. Ja, genau. Ich dachte es mir auch in dem Moment. Wie viele Babys willst du dann hauen, ey? Wolltest du sagen, alle in einer Reihe, oder was? Ja, in einer Reihe kannst du es ja machen. Alle in einer Reihe. Lennow. Lennow. Man kann mit dem Baby mehrere Leute töten. Ja. Die gehen halt durch. Ja, so Ding 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 Ding. Muss man mal ausprobieren. Wie so ein Kicker. Ding 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 Ding. Bin dafür, dass wir uns nochmal versammeln. Ja. Eine Reihe angetreten. Wieso, Major? Bist du Traitor, oder was? Wolltest du mal in die Beine schießen, Major? Was? Hast du das? Boah. Du bist auch Traitor, oder nicht? Nee, diesmal nicht leider. Uh, hier fliegt direkt die ganze Bude in die Luft, Alter. Patrick will sterben. Ich rieche das an deinem Popo. Ja, Dennis. Wo ist denn der Major? Hier. Bei der großen Rakete. Was denn? Wollen wir euch beide alleine lassen? Der Major hat schon seine Hose ausgezogen. Dennis, dreh dich um. You know nothing. Ey! Ey, das dürfen wir nicht machen, Leute. You know nothing, Alter. Alter, du kannst dich ja hier voll reinglitschen. Du kannst in jedes Haus, du kannst in jedes fucking Haus glitschen. Dann kannst du dich voll verstecken, Mann. Du kannst in jedes fucking... Direkt hinter dir, Lando! Direkt hinter dir, pass auf! Hat jemand mit der Sniper geschossen, mit der Sniper 100%ig. Dann folgen wir mal, Bronzo. Dennis, 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 Dennis. Deniz, Deniz. Hm? Was ist das denn, Alter? Der hat einen Geheimgang gefunden. Du bist es, du hast gerade auf mich geschossen. Das ist kein Geheimgang. Du kannst hier jedes Haus hinter dir, Patrick. Warte, 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 stopp, stopp. Der Patrick hat mich einfach angeschossen. Hier gibt's ein Geheimgang. Wer hat den Patrick jetzt umgebracht? Ich hab den umgebracht, weil du... Warum? Bronzo, warum schießt du denn? Bist du doofest? Warum nicht, Alter? Leute, bleib mal ganz kurz, jetzt ruhig. Hey, Bronzo hat Dennis geschossen. Hört doch mal zu. Ja, weil Dennis... Er hat jemanden getötet, weißt du. Hört doch mal zu. Guck mal, ihr lasst einen nicht ausreden. Ich bin gerade mit Major, bin nicht hier lang gelaufen. Und dann hat jemand mit einem Sniper, ich habe auch einen Sniper, gebe ich zu, auf den Patrick geschossen. Aber der Patrick ist innocent, oder was? Der Patrick hat auf dich geschossen, das hab ich doch gesehen. Ja, ja, der Patrick hat mich dann verdächtigt. Und deswegen hab ich den Patrick gekillt, aber er war innocent. Und der Bronzo wollte irgendwie... Ja, also kann keiner nur hinter uns gewesen sein, hinter mir und Major. Das ist ein abgekartetes Spiel von Dennis und Curry, pass mal auf da. Los von Dennis. Payset wollte Dennis töten, weißt du. Ja, aber warum hat Bronzo... Major hab ich geschossen, du standst doch daneben. Payset würde niemals einfach so schießen. Und die Frage ist, warum Bronzo direkt auf Dennis geschossen hat. Ja, weil ich kenn Dennis eh, ist das so, weißt du? Ey, weißt du mal, ich glaub, dass es wirklich Dennis ist, weil... Der Patrick hat nämlich geschossen... Äh, der hat gesehen, wie der Dennis auf irgendjemand geschossen hat. Na, guck. Das hat er gesagt, der Patrick. Nein, ja hör mir doch zu! Guck, das kann ich genau erklären. Das war ein Sniper. Ey, Leute, Dennis hat nicht geschossen. Das hab ich doch grad dreimal erklärt, hört ihr mir zu. Ich bin mit dem Major... Ich hatte einen Sniper. Der Major war links von mir. Wir sind dann auf den Tunnel zugelaufen und dann ist jemand... Hat hinter mir jemand auf den Patrick geschossen und der Patrick hat auf mich geschossen. Ich hatte auch einen Sniper. Das war auch ziemlich schrammig. Wollt ihr mich verarschen oder was stimmt? Maiter und Dennis sind das... Ich denke auch. Alter, verteidigt man einmal jemanden, ist man sofort Traitor hier, ey. Nee, aber das ist... Aber Maiter bin ich nützlich. Ich hab ja gesehen, der Patrick hat es gesagt. Der wird nicht lügen, der Patrick. Warum denn? Wollte ich... Wollte ich jetzt einmal... Der Patrick hat am Anfang gesagt... Der Patrick hat am Anfang gesagt... Jemand hat mir das... Ja, hört doch zu! Ja, ihr hört mir doch gar nicht zu! Ich erklär's nochmal. Der Patrick... Der Patrick hat... Hat den Verdacht auf mich gelenkt, weil er gedacht hätte, ich hätte auf ihn geschossen. Aber hinter... Von hinter mir wurde doch geschossen. Ja, und wer war das? Der Matcher stand doch da. Also musste ich... Ich war ja hinter euch. Hört doch zu! Hört doch zu! Hört doch zu! Hört doch zu! Hinter uns! Ja, ich kann ja nicht sagen! Ich muss ja lauter reden, weil die einen ja unterbrecht die ganze Zeit. Ja, du wiederholst dich doch eh nur die ganze Zeit! Ja, weil die einen nicht zuhört! Ich hör dir doch zu! Ja, wenn er meint, dass ich Traitor bin, bringe ich mich halt um! Ja, komm her! Traitor-Tester! Hat man jetzt 100%ig Beweise? Nee, haben wir nicht, weil... Da war jemand, der... Guck mal! Ja, ich war hinter euch! Ja, ja, also warum... Wer sagt denn, dass du nicht geschossen hast? Du hast im Patrick ja auch abgeknallt! Ja, weil ich ne Short-Filter hab! Ja, aber du hättest doch deine Waffe wechseln können! Ja, ich war's aber nicht! Ja, wer sagt das? Wie, wer sagt das? Ich sag das! Ja, hast du toll? Ja, töte mich doch! Ist doch die Wahrheit! Aber Curry, du hast Patrick getötet! Ja, ich hab Patrick getötet! Weil er auf den Dennis geschossen hat! Ja, und jetzt kill du mich, weil du Traitor bist! Hab ich doch gesagt! Du bist Traitor! Ich hab Curry gekillt, weil der Traitor ist 100%ig! Confirm! Der schießt auf mich! Alter! Ja! Ich hab's gewusst, Mann! Ich hab's gewusst, Alter! Wiesste? Oh, Mann! Genau das hab ich doch gesagt! Genau das hab ich gesagt! Ich wollte über den Haufen schießen und wieder beleben! Oh, Mann! Das war's gut! Dennis, ist das dein Ernst? Ja! Ich hab' gekillt, Mann! Er sagt immer dasselbe! Wir haben's schon längst gehört! Ich wusste, dass es Dennis ist! Weil der ganze Zeit würde ich einfach so schießen! Ich hätte dich doch gekillt! Warum killst du mich, Mann? Weil Dennis hat da voll gelogen! Ja, wie gesagt, ich war ja hinter ihm! Ich war ja derjenige, der hinter ihm war! Ihr hättet trotzdem... Ich hab' euch schon sehr weit gehabt, weil... Nö, gar nicht! Also, mich hast du gar nicht gehabt! Ja! Also, mich auch! Du hättest nicht... Du hättest nicht auf mich sofort geschossen! Nee, natürlich nicht! Aber ich hab' trotzdem gesagt! Guck, ich hab' deinen Verdacht entkräftet! Weil ich ja gesagt hab' Ich hab' mir ne Story ausgedacht und so weiter! Ja, war voll die Story! Ja, aber ihr hättet mich nicht abgeschossen! Aber nur, weil... Ja, hätten wir auch nicht können! Ja! Wolltest du das machen? Ja, das machen wir jetzt! Ja, das machen wir jetzt! Äh, das machen wir! Okay, okay! Aber jetzt haben wir schon wieder... Ein bisschen ruhiger! Ein bisschen ruhiger werden, echt! Wir reden wieder alle durcheinander! Ich wollte den Manager wieder... äh, wiederbeleben! Und... Aber Curry, hör' auf den Chat zu lesen, ne? Ich lese doch gar nicht den Chat! Du brauchst nicht so tun, als ob du den Chat nicht liest! Ich hab' den Chat nicht gelesen! Ich hab' den Chat nicht gelesen! Ich hab' den Chat nicht gelesen! Ja, und? Ich hab' den Chat trotzdem nicht an... Na, 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 na! Chats auch nicht! Leute, habt ihr ne Diegel gesehen, oder? Ich bin ja mit dem Curry die ganze Zeit! Der warte nur auf den richtigen Moment, die alte Dreckswurst! Ja, ich warte auf den richtigen Moment! Curry ist weg! Was versuchst du denn? Denkst du, Curry geh weg? Du machst mich jetzt nervös, oder was? Ja, wie ist das? Loll! Hä? Alter! Alter! Pelzett hat den... Pelzett hat den Curry angeschossen! Pelzett hat den Curry angeschossen! Was? Ich hab'n getötet! Nö! Was? Nö! Warte, 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 warte! Was ist hier los? Jemand hat... Ich stand mit dem Curry da, und jemand hat mit dem Sniper auf dem Curry geschossen! Ich hab' auch ne Shotgun erwischt! Ich hab' auch ne Shotgun erwischt! Ich hab' auch ne Shotgun! Wer hat ne Sniper von euch? Ich dachte, was? Bronze, du hast dich sofort versprochen! Komm her, du Dreckser! Bist du doof, ey? Ich hab' ne Shotgun erwischt! Okay! Bronze, dann sag mal! Erstmal Leute im Chat schreiben, wenn wir denken, wer das ist! Und so, Bronze, und jetzt sag mal! Ich bin ein Traitor! Ich bin ein Traitor! Ja! Oh, Major war's! Komm! Bronze, komm! Helf' mir jetzt! Voll! Slash'n! Bronze, du warst Traitor! Erklär' euch Traitor! Ich hab' ihn gekillt, Mann! Alter, was ist denn los heute? Was ist das denn, Dennis? Ich hab' ja einen nach dem anderen weg heute! Wir machen einen kurzen Prozess-Bronze und ich! Ja, ist ehrlich so! Super! Guck mal hier! Score 28, Mann! Das war Glück auch hier bei dir! Ja, das ist doch gut! Richtiger, richtiger Ergünader! Richtig Ergünader, weißt du? Hauptsache, wir spielen alle gegeneinander! Major, ich wollte dich ja, äh, nicht Major, Curry, ich wollte dich ja nur ein bisschen so, ne? Aber TTT ist echt ein geiles Spiel! Ihr kennt das Gefühl, wenn ihr so jemanden tötet, weißt du? Nein! In TTT ist einfach geil! Man freut sich immer wieder! Ich hatte gleich Amok-Lois! Man freut sich immer wieder! Ja, die CIA hört eh schon ihr TS ab! Das ist eh zu spät! Alter, ich bin einfach nie Traitor, ey! Traitor! Du wohnst, ey! Leno ist Traitor! Traitor, komm! Komm, wir gehen zur Maschine, ey! Was isst du da, Major? You are Traitor! Try to kill... Das war bestimmt Dennis! Wer wirft hier in den Brand? Warst du das gar nicht, Leno? Dennis? Nein! Ich hab keine Granate geschmissen! Du machst das aber immer! Ja, aber ich hab keine Granate geschmissen! Jetzt schmeißt hier aber einer! Hier! Ich hab 1495 Zeugen! Alter, habt ihr jetzt gesehen, was mit der Disco passiert, wenn ihr das da in die Dings reinwirft? Instant Rain? Yo Disco! Yo Disco! Yo Disco! Disco Dream! Yo Dis... Wow! Was macht ihr denn da? Mal auf! Dennis steht verdächtig neben Leno! Geht gerne mit dem... Hä? Ey, wer bist du hier? Pass auf, Leno! Hier am Auto! Leno! Hä? Leno! Komm, ich geh rein! Dennis will mich töten! Dennis will mich töten! Was ist hier los? Was ist hier los im Haus? Wie geht das? Ich bin clean! Ich bin clean! Jo man! Was hat ne Gruber gehabt? Nein! Häh? Leno, merk das! Wir beide sind es nicht! Ja, ja, ja! Weiß ich... Ich renne erstmal da ran vorbei! Wer ist jetzt noch hier? Was? Alle tot oder was? Wer lebt denn noch? Patrick, lebst du noch? Ja, ja! Confirmed ist noch kein tot! Ja? Dann weißt du bescheid, ne? Die sind alle hier in dem Haus! Ich konfirm jetzt! Ey Patrick, wo bist denn? Komm, lass mal treten! Hey, ja! Wir sind was! Also... Ich darf schon, ey! Patrick, ey, mein bester! Na Traitor, Alter! Nein! 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 Ab ins Haus! Lass mich nicht wiederbeleben, ich war doch im Haus, Alter! Ab ins Haus geballert, ey! Der Patrick musste wieder seine pädophilen Neigungen machen und ein Baby holen! Natürlich! Ich hab mich voll erschrocken! Ja, natürlich! Oh Mann, Alter! Oh Mann, Alter! Oh Mann, Alter! Oh Mann, Alter! Neue Runde, neues Glück, meine Damen und Herren! Heute gibt es Jurasch! 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 Gulasch! 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 Heute gibt's Gulasch! Gulasch! Ich glaube, ich krieg gleich Gulasch! Dennis, wie heißt du bei Youplay? Ich? Jurasch 2.9! Wie heißt ich? AJ? Heute gibt es Gulasch! Hallo Kinder, heute gibt es Gulasch! Oh, die schönen Eier, ey! Hey! Mö, durchaus! Oder? Ah fuck, bin ich überhaupt allein zu Hause? Mal gucken, was das hier so im Internet gibt! Alter, Kanonen! Ja, nur allein zu Hause! Sooo! Wie Kanonen, ey, was? Wie Kanonen? Oh! Ey, das ist meine Shot! Ja! Hör auf! Ach du Scheiße! Die Villa! Erinnerungen werden wach! Komm, komm, komm! Die Villa! Utaros mich hier weggesprengt hat, ey! Ah! Der Mensch hat in den Hintern geschossen! Die Villa von den Hitler! Einen See vom Babylon! By the River of Babylon! Ehh! Ehhh! Woah! Das ist auch eine schöne Villa! Drei Minsterius! auf Babylon! auf Körilon! auf Körilon! Baby raus! Klingt voll wie so eine Beleidigung Ey, du Currylon, ey Klingt wie so eine Stadt, Alter Nachbarstadt von London, oder was? Currylon klingt wie eine Stadt von... Was? Ernsthaft, so schlecht Ja Wir haben ein Hologramm aus Currylon enthalten Currylon, die Nachbarstadt von London Ein Hologramm, Alter Ein Hologramm aus Currylon Es glockt mich doch nicht immer, du Sau Hilfe, Hilfe Was ist das hier für eine Abgabe? Hilfe, ich werde jetzt sterben, ich weiß das Oh, geil, lass mich mal wegschießen Ein Bronze, ein Bronze Ich schieß auf die Melone, wenn ich jetzt... Hier, guck Boah, das wolltest du mit meinem Kopf machen Vielleicht Halt dir eine Entscheidung, ob du mir traust oder nicht Ich trau dir Bringst du den Dennis nie trauen Lenno, jetzt ist es schön am Visieren Ui Kau dir Patrick Komm, Dennis, Alter Patrick Was hast du für ein heißer Hengst hier? Alter, ich... Boah, Dennis, hau ab Kau dir 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 Hier, guck Bleib mal stehen Nein Was ist das, warum, wie, was Ja, super Bronzer Hat der Bronzroyable mit dem Baby auf mich geschossen Hat er uns getroffen Nee, gates Ich habe Master Was kannst du uns hier nicht weismachen? Das hätte man gehört. Hä? Ihr seid doch ganz woanders als ich. Nee, das hätte man gehört. Ich bin mit ihm auf dem Balkon jetzt. Ja, ja, nee, komm. Ich hab grad einen Stein gedroppt. Ich hab aber eh mal eins gehört. Der Patrick hat's doch gehört. Ja, der Patrick ist genauso Traitor. Ja, na klar. Hier, komm, wir lassen mal ein bisschen fliegen. Das ist eine Disco. Schön für die Disco. Ey, ich hab grad irgendwie einen Stein gedroppt. Ein Abwehrstein. Ey, Dennis ist es. Dennis ist es. Ja, klar. Major? Ja, siehste, hab ich doch gesagt. Das hätte man nämlich gehört. Denno? Ich hab nicht aufgepasst. Denno, Dennis und Patrick sind es. Hundertprozentig. Da oben. Auf dem Dach. Auf dem goldenen Dach. Ja, ich bin nicht auf dem Dach. Bist du noch am Leben? Nein, nein. Ja, scheiße, Mann. Ich kann dir nicht helfen. Ich hab beide, ich hab beide. Oh, nee. Aua. Aber wer lebt denn jetzt noch da? Okay, irgendeiner von euch lädt noch. Also irgendeiner hat den Nenno geholt. Und irgendein Traitor ist gestorben. Also entweder Patrick oder Dennis. Du kannst ruhig mit mir reden, Schnucki. Zeig mir deine Duftmarke. Hier sind überall Blutflecken. Hier ist eine fette Kugel. Hallo? Prater? Ich hab ein Geschenk für dich. Ach, ich lebe ja noch. Oh. Sorry. Ja, dann hat der Dennis sich jetzt gerade wiederbelebt. Okay. Eigentlich war ich gar nicht tot. Ja. Alter, ihr macht das immer so offensichtlich, ne? Ich war aber gar nicht tot. Nee, klar. Nee, wirklich. Du wurdest gerade wiederbeleben, na klar. Nein. Natürlich. Nein. Ich bin doch nicht doof. Ja, scheinbar schon. Natürlich. Komm, Dennis. Zeigt euch beide. Ich hol euch beide weg. Wir sind zu dritt. Ja. Und ich hab drei Beine. Echt? Was ist denn damit? Füri, komm doch mal her. Ich hab ja Zeit. Ja, ich weiß wo du bist. Weil du dein Radar da anhast. Ja. Komm raus. Ketter oder wo? Alter. Mikrofon. Nein, da komm ein Schuss. Ja, ich hatte gerade in der Nase gepuppelt. Und Curry, du warst unfassbar blöd, ja? Du hast ja nämlich gesagt, ich hätte den Dings wiederbelebt. Also haben wir offiziell hiermit offiziell am 5. Dezember um 15.39 Uhr im Jahre 2014 erfahren, dass der Curry offiziell dumm ist. Ja, klar. Das sieht wohl aus. Das sieht wohl aus. Natürlich. Das ist ein richtiger, originaler Kevin. Offiziell blöd. Original. Weil das auch nicht hätte sein können, nee. Kevin. Kevin. Läuft hier gerade Musik? Nein, das war Dennis, der hat gesucht. Hä? Nee. Hört ihr das nicht? Ja, ja. Das kennst du doch bei der Disco da. Ich weiß. Das ist das erste Mal, dass die Map-Socke. I'm gonna dance now. War doch schon länger nicht vor der Barhammer. Äh. 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 Alter, wer hat den Stein da gerade? Dennis war's. Lendo hat geschossen. Lendo schießt. Ich bin fast gestorben. Lendo. Ich hab noch 22. Ich schwere, Dennis. Was? Boah. Sorry. Hör auf. Hör auf, Lendo. Lendo, was? Du hast den Dennis abgeschossen. Der scheiß Stein hat mich fast getötet gerade. Rampage-alastisch. Alter, Lendo. Lendo ist die Scheiße, ey. Geil. Ja, kein Ding, ne? Gerne. Wer war der andere Trader? Dennis, ne? Einfach Rampage. Curry ist dumm. Curry ist dumm. Curry hat jetzt... Curry und PZ. Das ist Curry. Ja, Lendo, du Arsch. Schieß mir einfach ab. Einfach die Rampage-Round. Du mir leid. Hörst du bitte auf zu singen. Lendo, was ist los mit dir? Das ist Curry. Curry-Lon. Was war das denn für ein Sturz? Nein, ich habe eben gestampf. Ich mag das, wenn wir uns von Traders am Anfang. Ne Major. Ein Kommentar. Nein, der Curry ist nicht dumm, er ist was besonderes. Er kommt eher im Ruck, da kommt er her, hier. Oh! Alter, ich habe er weggezogen. Ich wurde gezogen irgendwie. Oh! Oh! Lendo, äh, Dings, was willst du? Ich wurde irgendwo hingezogen. Liebe Bronze, ich will Liebe von dir. Ich wurde irgendwo hingezogen. Ne, ernsthaft, Alter. Was war das denn? Ich merke da schon. Was war das denn, Alter? Was war das denn, Alter? Hör mal, ich will die M4 haben, nicht die Mech. Hallo, Lendo, M4? Ah, ich bin runtergefallen. Ja, ja, klar. Hallo, Lendo ist es. Lendo war es. Er hat direkt geschossen. Lendo wer? Was? Guckt oben, oben rechts. Lendo war es. Was? Was heißt oben rechts? Ach so! Oh! Der Prattere, ey. Ja, was ist? Mhm, 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 mhm. Kann die auch die Identität von jemandem anderen ändern? Also, Lendo hat Kino zwölf Punkt. Identitität. Ja. Ne, kann man, kann man gar nicht, oder? Also, wenn Curry sagt, äh, Lendo ist es, dann kann er auch sagen, ich... Ich kann mir ändern, äh, seine Leiche. Ich nehme die Leiche vom Lendo mit, damit die keiner wiederbelebt. Ob man unschuldig ist oder Traitor. Ey, ich habe doch den Lendo gerade gekillt, der war Traitor von sich. Ja, aber nicht, dass jemand der andere Traitor ihn wiederbelebt. Wo soll ich den Lendo denn am besten hinlegen? Kann ich den kurz untersuchen? Ah ne, wir haben den Couch. Bronz, 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 ist es, Bronz, ist es! Nein, ich bin's nicht. So! Lendo macht Nikochen hier auf den Couch. Ich habe ja gesagt, Curry ist irgendwie komisch. Ich habe gelesen, nur der Traitor kann die Leichen mitnehmen. Ne, 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 der Traitor kann die Leichen nur aufhängen. Okay. Hi. Oh Major, was zieht der denn so auf mich, hm? Ich bin doch nicht mehr in der Nähe, ich bin in der Nähe. Ach ne, ist der Party, der klebt mir wieder am Arsch. Curry? Hi. Party, geh weg. Kevin? Bronz! Kevin? Bronz, warte, 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 Bronz, wenn du kein Traitor bist, dann auch zu schießen. Wir reden. Wir reden, wir reden. Du bist kein... Nächstes Mal ohne, ich denke weg, also bam, bam, bam! Der sieht dich mit der Crossbar, mit der hier, mit der dicken Weiße, mit der Armbrust. Und der geht auch noch auf den D-Lein, ey. Eigentlich wollte ich gar nicht auf den D-Lein gehen. Ich wollte ihn nur verarschen so, weißt du, aber... Ja, das hat dir gut gemacht, alles nicht weggedreht. War ja klar, ey. Schätze, man. Ich habe ein Lied für dich geschrieben. Ich wusste nicht, wo Lendo liegt, man, ey. Currywurst lebt in Currywurst. Ja, die Map ist echt scheiße. Er ist dumm, 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 dumm. Weil es so verwinkelt ist. Ist nicht meine Map. Meine auch nicht. Ich habe eine Nachricht bekommen, gucken wir mal. Currywurst. Currywurst. Was hältst du vom Curry? Kaufen? Nee. Currywurst. Was halte ich davon? Was hältst du von dem D? Hältst du in der Hand? Ich wurde angeschossen. Von? Ja, keine Ahnung, von hinten. Kann nur der Bronze gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Oder Lendo. Lendo oder Bronze, diese schnellen Schüsse? Nein. Currywurst. Curry? Ja? Ne? Oh, netter Versuch, ne? Du kleines Würstchen, hau ab. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich bin schon mal unschuldig, ne? Ich war gerade am trinken, Mann. Der Curry rennt mir die ganze Zeit hinterher, Leute. Ich bin nervös. Ich schaufe das um die Ecke, so voll fröhlich, ey. Was? Wer schießt denn da? Ey Major! Ich würde dich nur runtergefallen nennen! Achtung hier! PayZ und Danny! Wir sind alle! Wir sind alle hier! Nein, aber die haben geschossen! Ich habe nur Glas zerschossen! Nein, die haben die Glasscheibe zerschossen! Guck mal, der Curry, der... Curry, geh doch weg, Alter! Was ist los mit dir, Mann? Ich hab dich so lieb! Warum schießt du mal? Curry, wenn du jetzt nicht bei mir weggehst, ne? Baller es dir in den Kopf rein! In den Kopf rein! Hier, uns hört so Schüsse alle schießen! Der geht nicht weg, der Curry! Der ist wie so ein Stück Scheiße, das einmal im Schuh klebt! Ja, alles klar! Hier war ich noch gar nicht! Der schießt! Au, 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 au! Was machst du? Was ist da los, Mann, Alter? Oh, Dennis war unschuldig! Echt? Curry war Traitor! Hilfe! Nein, Major hat zuerst geschossen! Nein, Bronze hat zuerst... Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Major kann ich nicht besiegen, weil er zu stark ist! Aber... Bitte nehm diese Entschuldigung an! Sie kommt von Herzen! Hilfe, Hilfe! Wer ist das? Patrick, nicht schießen! Patrick, nicht schießen! Patrick, nicht schießen! Patrick, nicht schießen! Ich schieß auch nicht! Alter, wo bin ich? Das war ernst, Mann! Wie soll ich trauen? Lello, lebst du auch noch? Ey, pass auf! Major hat zuerst geschossen! Er will jetzt irgendwas machen, aber... Okay, Bronze, du hast geredet, jetzt bin ich dran! Das geht nicht, ja! Okay! Der Bronze stand in der Smoke und ich hab noch 6... Dann lo, was machst du da? Aber Leute, Alter! Ihr hört nie zu! Das ist echt unglaublich, ne? Das ist unglaubliche Scheiße, große Scheiße! Ja, dann erzähl mal! Zeil mal deinen Lebenslauf! Junge, der Bronze stand in der Smoke und hat auf mich geschossen! Ich hab 56 HP und du willst dich jetzt vom Bronze verarschen lassen, oder was? Aber wer ist der Zweite? Keiner? Aber ich kann nicht noch einen töten! Ich hab Dennis eben schon unschuldig getötet! Das war nicht gut! Ich bin's nicht, Pazit! Guck mal, ich schieß doch gar nicht auf dich, oder? Ich schieß nicht auf dich, Mann! Okay, dann töten wir jetzt Major! Weil du... Ey! Weil du jetzt doch zu... Junge! Ich hab voll die Gewissensbisse! Ist das ne Babywaffe? Nein! Oh Mann! Das ist keine Babywaffe! Kann man mal dann auch runtergehen? Ey! Wer steht in der Smoke und schießt mich ab, so weißt? Und Patrick macht... Lennow! Wem soll ich jetzt trauen? Lennow, Patrick! Lennow, Patrick ist es! Töte, töte! Bronze ist jetzt! Ah! Er war innocent, Alter! Alter! Ja, super! Patrick ist es! Nein! Ist er tot? Ja! Patrick ist tot! Bitte Gott, für mich ein Pferd! Hahaha! Schönen wir uns abholen! Ganz kurz! Das Kino, Dennis! Das war Bad, Alter! Die Maschine in Person macht sich dauernd über Curry lustig! Schafft es aber nicht, mal einen Satz ohne A oder Alter zu bilden! Die restlichen Sprachmisshandlungen erspare ich mir jetzt mal! Danke! Hurray25! Vielen Dank für deine Analyse! Interessiert trotzdem keinen! Doch nicht! Ey! Ich hat's interessiert! Man muss natürlich auch auf die, äh, auf die nette Community eingehen, ähm, ne? Weil, ich wette, wenn der FullRai oder wie der heißt mit seinen Freunden spielt, hättet der immer nur folgendermaßen, Entschuldigung! Danke, dass du mir den Ball abgenommen hast! Komma! Entschuldige jetzt! Ein Tor! Dürfte ich gerne... Ausrufezeichen! Eingesonder Nebensatz! Ein Relativsatz! Dennis! Ja? So ein Traitor-Shot! Dürfte ich um eine... Alter! Du Tiergelddings! Bist du doof? Patrick, helfe! Patrick! Ah, du Arschloch, Mann! Ah! Was ist hier denn los? P-Z ist es! P-Z ist es! P-Z ist es! P-Z ist es! Ich hab's zwar nicht gesehen, aber ich vertrau dem Kirby! Oh! BAM! Alter! Geh weg, Dennis! Geh weg, Dennis! Gib mir keinen Headshot! Ich sag's dir! Ich geb dir keinen Headshot! Warum vertraust du ihm denn? Wenn du mir jetzt nachläufst... Warum bist du Traitor und warum vertraust du ihm denn? Ich schieße einmal auf mich, bist du tot! Du bist ja dann tot! So, wer ist noch da? Okay, Patrick ist Traitor! Dennis, schließen wir uns zusammen, ne? Wo ist der Patrick denn? Guck mal, wie er hier sitzt! Boah, Dennis! Ah, du Dreck-Sau! Hast versucht! Einer lebt noch! Wenn der Major ist es nicht, ist... Pass mal auf! Warum hat Patrick... Oh, Dennis ist Traitor! Warum? Weil Patrick ist... Was? Was? Ich kann nicht mehr... Ich springe runter, nur weil du Traitor bist hier! Alter, Dennis, wie blöd war das? Es war nur noch Major! Ja, wir waren zu zweit da oben! Du Vogel! Ja, du Vogel! Du wärst drauf gegangen! Und ich wollte... Ja, klar! Es geht ja genau zwischen mir und Major! Ich hätte die grad getötet! Und du schießt mich ab! Kann doch nicht sein, ey! Du Vogel! Du Vogel! Aber du hast... Ja, komm, ey! Geh dich da! Nee, der kann sich nicht mehr rausgehen! Aber lass doch mal Leute was sagen, du unterberichtiges Stück! Du hast aber... Du hast aber... Du hast aber... Da sagt er so, weißt du... Du hast aber... Du hast aber... Ähm... Dings... Ich wusste nicht, dass der Curry schon tot ist! Ich hab das nicht mitbekommen! Auch nicht, dass der Bronze tot ist! Ich hab doch gesagt, ich hab alle getötet! Wann hast du das denn gesagt? Ich hör dir ja nie zu, deswegen... Ja, okay, das ist das Problem eventuell! Ja, also... Pass mal auf, Junge, ja! Pass mal auf, Junge! Oh! Oh! Ich hab erstmal... Ich hab erstmal für... Für zwei Sekunden so einen Brain-Afkar gehabt! Die so, hä? So und dann... Und dann so... Das war so geil! Oh! Ich hab mir dann noch so die Leiche untersucht... Ich war mir so sicher, dass wir alleine da oben stehen, ey! Oh, Patrick ist rausgeflogen! Ja, ich hätte das auch so gemacht! Verdient! Verdient ist er rausgeflogen! Was ist denn die denn da raus? Was ist mit dem Server los? Alter, ich... Das war grad so... Scheiße, dass ich ihn da einfach runterspringen musste, weißt du? Anders geht's gar nicht! Guck mal, wir sind nur noch zu dritt hier drauf! Nee, nee, zu viel kannst du nicht zählen! Das Spiel ist grad abgestürzt! Nee, Major Bronze auch nicht! Nein, es lebt noch! Ey, aber ich fand die Taktik von Dennis gar nicht mal so schlecht! Er hätte jetzt Payset töten können, da hätte er Major verwirren können, und dann hätte er ihn ja wiederbeleben! Ja, aber Dennis hätte doch nur zuhören müssen! Der Übelste Taktiker nimmt die beschissenste Taktik in Schutz! Aber warum? Die kennen's nicht anders, weißt du? Ich weiß krass sagen! Die kennen's nicht anders! Ey, Junge, wir sind nur noch zu dritt und er killt seinen Traitor-Kollegen! Willst du das dann verteidigen? Aber ich wusste ja nicht, dass wir zu dritt sind! Ja, aber du hättest mir zuhören müssen! Du hättest mir zuhören müssen! Alter, ihr labert alle immer die ganze Zeit wie schick Scheiße so quer durcheinander, da hör ich einen... Nein, also keiner kann mir sagen, dass die Taktik gut war, Mann! Weißt du, ich hab doch direkt gecheckt, Mann, das war so... Vor allem, guck mal, das war schlecht von Dennis und noch Patrick oben drauf, dass Patrick sagt, alter Dennis, du weißt, das wär voll obvious! Jetzt werd mal nicht beleidigend hier, ja? Der bin ich doch gar nicht! Dacht er so, weißt du, der voll ausflippt! Äh? Wenn man alleine da oben steht... Ja, aber ich wusste das doch nicht! Da kriegt er erstmal von seinen Kollegen einen Kugel in den Kopf, wo auch noch mein Name draufsteht! Leute, die Runde ist doch schon längst vorbei, ist doch egal! Guck mal, wie der im Traitor-Shoppy ist! Abhaken! Alles cool! Ey, weiter jetzt! Hey! Wieso ist mein Hutt übrigens aus? Ich seh gar nichts mehr! Ich kenn die alle gar nicht! Gott sei Dank, ey! Hutt, Hutt! Was das denn, Alter? Weiß nicht, ob ich Nocent oder Tracer bin! Wird Dennis gerne schubsen! Mach mal, mach mal! So, so, schubs! Dann mach mal ein Rejoin! Die Mep ist so riesig, ey! Sind dann alle da sonst? Was ist das für ne Riesen? Ja, alle da! Sechs Leute! Ey Patrick, äh, Leno ist Spectator, ne? Ja! Machen wir Rejoin, Curry! Rejoin? Aber ich bin ja in der Runde drin! Ja, aber wenn du keinen Hutt hast, bringt dir das ja nix! Du weißt ja nicht, ob du Nocent oder Tracer bist oder sonstiges! Bist du in deinem Kopf drin, oder was? Mach, äh, geh nur mal raus und guck nur mal rein, Curry! Das wär doch mal interessant, oder? Ich, 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 ich spiel einfach so! Das wär mal interessant, wenn man alles rausstellt! Ja, aber was, du weißt es doch, ne, das ist doch scheiße! Dann bringst du, wenn du Innocent bist, immer Leute, oder wenn du, keine Ahnung, ich finde, wenn du Innocent bringst... Find das bei denen nicht, oder was? Ob du Innocent oder Tracer bist? Und unten dieses Kästchen nicht, unten! Also, wo, wo halt die Zeit und so steht! Ach so, du hast unten dieses Trader-Ding nicht! Aber dann wirst du wahrscheinlich grad die Bemerkung am Anfang gehabt haben, dass du Trader bist! Nein! Woher weißt du denn, dass du unten dann kein Trader-Ding hast? Hä? Was ist das denn für eine Aussage jetzt? Ich, ich hab gerade gesagt, ich hab unten, das hat nicht! Ja, aber unten am Anfang steht doch immer, du bist Trader mit dem und dem! Dann weißt du doch, dass du Trader bist! Nein, das stand bei mir doch auch nicht! Patrick, hab ich dich getroffen? Ja! Ich wollt nur gucken, ob ich dich treffe auf die Distanz anhand! Ja, ist klar! Oh, mein Scheiß! Ja, ja, ist ganz klar! Hab ich dich ernsthaft getroffen? Na, fast gar nicht! Du bist ja, du bist tot! Okay, Patrick wurde umgebracht! Ich hab's gesehen! Ernsthaft? Ja, Patrick wurde umgebracht! Hast du ihn grad getötet, Macher? Nein, nein, nein! Er wurde von Mann an umgebracht! Macher! 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 Ich lache grad, weil, wer soll das denn glauben? Weißt du, Patrick sagt, ja, Macher hat mich angeschossen! Ja, ja, genau! Macher sagt, ich wollt nur daneben schießen! Ja, Macher! Wir müssen doch mal ausreden, Alter! Wir müssen so längst überführen! Kannst du mir mal zwei Sekunden? Guck mal! Okay, das stimmt! Ich würde denn, Patrick, wenn er fast near death ist, da steht alles in Rot, ne? Würde ich ja sagen, Patrick, ich hab auf dich geschossen und schieß jetzt nochmal auf dich und töte dich so weit! Ich hätte den doch einfach abknallen können, ohne, ohne was zu sagen! Aber nein, jemand hat einfach die Gelegenheit ausgenutzt und hat ihn getötet! Und ich werd den, ich werd den Mörder finden und dann gibt's Probleme! Dann gibt's ernsthafte Probleme! Ja, ich glaub dir trotzdem nicht, wie gesagt! Brauchst du nicht, ich glaub dir auch nicht, weil ich will abknallen gleich! Komm her! Ja, da vorne bist du da! Ah, da schießt jemand auf mich! Das ist der Curry! Warum? Der ist im anderen Turm oder so! Wo? Was für'n Turm? Ich bin gar nicht im Turm! Ich bin mitten auf der Karte hier am Leuchtturm! Ich hab den Papier nicht getötet, aber passt schon! Warte mal, warte mal! Lass mal kurz durchgehen! Lendo ist Spectator! Der kann's nicht sein! Peyset ist tot Bronze! Entweder der Bronze oder der Curry, weil der Major stellt nämlich unten und der war's nicht! Den hab ich beobachtet! Und der Bronze, warte Major, der Bronze ist kein guter Schütze im Sniper! Ja, das ist natürlich ein Grund! Also ist es definitiv Curry! Aber guck mal, ich wurde angeschossen gerade! 50 AP noch! Sniper! Ja, ich hab auch 73, oder? Guck mal, ich hab mit der Deagle auf den Patrick geschossen und ich hab keinen Sniper gehabt! Nochmal angetroffen! Von hinten! Von hinten! Was heißt denn von hinten? Anfangsturmrichtung! Also nicht ganz hinten da in nem anderen Turm da, sondern ich bin tot! Ah fuck! Du bist nicht tot, alter! Ne, 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 du würdest das nicht so locker sagen! Major, du Drecksack, du bist auch Trader! Sehen wir doch nix, Alter! Ah! Meine Anfangstheorie geht auf! Oder Bronze? Warte mal, Bronze und Curry leben noch! Ja, Major lebt der vielleicht auch noch, weißt du doch gar nicht! Hast du doch gerade gesagt! Major, wenn du noch leben solltest, das ist ein ganz mieses Spiel! Dann wirst du wirklich der... Der Erzfeind der Türkei! Puh! Curry, komm her, ist ein Mann! Wir wissen alle, dass du Traitor bist! Dann stell dich wenigstens im Kampf! Ist doch klar, dass ich Traitor bin! Warum? Weil ich Traitor bin! Du bist einer, ne? Ne! Dann sag mal, wirst du, wo du bist! Du Lappen! Komm her, dann machen wir ein Sniper-Duell! Hä? Was ist das denn? Also ihr... Ich muss gleich wirklich mal rausgehen! Kann die Sniper nicht mehr aufnehmen, die ich gerade weggeworfen habe? Ja, 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 ja... Warum soll ich denn lügen? Wo ist die, wo ist die, aller, wo ist die, wo ist die? Wo ist denn die Leiche von Major? Wo wurde der Major denn erschossen? Hier, die geht im Wasser! Liegt im Wasser also... Mhm! Ja! Patrick ist also tot oder kommt hier wieder Traitor, Mann was machst du denn da ist ein Geheimnis von du bist Traitor ja und Bronzo auch komm Bronzo ich doch nicht du bist ein Dreckschweine alter alter was hast du denn, Dennis was hast du denn hast du gerade eine Kugel hast du gerade eine Kugel am Arsch vorbeigefliegen gehabt oder was eine Kugel Bonzo, du dreckiges Arschloch komm her, du bist ein Toter, Mann ja und ich bin ein Toter, Mann was ist einer auf DayZ da hinten oder was Treffen ist damit du gehst auf DayZ mach da komm, willst du mich treffen, ja, Luder ah, schon wieder vorbei eh, 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 eh äh äh was ist da los keine Ahnung, ey ok Juri Sniper-Division ihr habt keine Zeit mehr, ne tik tok on the clock da haben wir Zeit mhm so, was ist da los äh äh ach, die Zeit ist echt abgelaufen jetzt keine Overtime LOOOOOOSER Karte ist einfach viel zu groß lass mal hier nach diese Dings-Maps spielen Skyscraper kann sein sogar, dass die kommt ich weiß es aber gar nicht hä, aber wo bist du denn jetzt gewesen? ich? hier auf der anderen Seite die gegenüber von dir ach so Herr Curry, dann mach mal schnell Rejoin, komm naja irgendwie ist die Mapping dir so komisch na die sind verbindend die Mapping hier ist echt nicht so geil ja die ist zu groß ich kann die Entfernung gar nicht einsetzen diese Dächer-Mapper geil findet ihr das auch nicht? Dächer? naja Skyscraper hör mal Mächer Dächer, ne Das soll ja das hier ja da kann Mächer ja ja ich kann doch nichts machen ey Nenno ja bitte nichts wie ist das hier? Brunze hab ich ihn mal reingelegt hier, ne? ja, ja ich bin's willst du eine Granate? willst du eine Smokranate? alter Patrick aber der Schuss auf dich mit der Deagle auf die Distanz kam mega was? das war eine Deagle? das war eine Deagle, alter das war ein Igel, alter ich dachte das wär ein Sniper gewesen das wäre die Scout gewesen einfach no scope geschossen und direkt nicht schlecht ja nicht schlecht du hast es schon drauf major schon drauf alter ich bin glaube ich der beste der beste der beste der besten nicht wieder geboren werde dann möchte ich mal so sein wie du ja okay oder wie denn nein genug geschleimt denn ist tot denn es ist tot weil du gerade direkt denn es ist tot weil du über dennis gesprochen hast direkt zu beginn heißt dass du hast aber ich ihn getötet natürlich stimme ich dir vollkommen zu irgendwelche theorie muss man ja aufstehen stimmt für diesen region jetzt gemacht oder ist er raus aber du bist ja 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 ich bin immer da ich bin immer da ok was machst du denn da hinten versteckt mich jetzt voll natürlich warum sehe ich dich dann deswegen eine gute position hier also wie soll man hier auch jemanden finden das ist so krank dass die bronze ist hinten bei dieser grünen festung weißt du auf dieser map kann man nur sniper spielen ja ja klar mit der rotflinte ist blöd ne ich hab aber kein bock drauf ich renne hier rum ja ist ja gleich vorbei wir machen so ein crowbar dennis ist gar nicht tot warum schmeißt dir meine crowbar an den kopf das wäre cool ich habe gehört man kann das messer schmeißen irgendwie ja mit rechtsklick ja echt ja mit rechtsklick ja genau das wäre cool über farcry aber das hätte ich euch lieber nicht erzählen soll dennis hat bronzen getötet labert aber nicht danke leno danke wollen wir mal abstimmen ob ich den bronzen töten darf pass mal auf der bronzen hört dir nicht zu der bronzen ist tot alter oben rechts steht vor zwei sekunden dennis found the body of ok dann war es dann ziemlich dumm wieder was dennis weißt du dennis was für eine nummer ist dennis wird ihn wiederbeleben dennis und bronzen traiter naja das kann ja auch patrick sein weil die haben sich gerade so schön begrüßt nein nein die major star oh ich habe dennis getötet boah wie schlecht ich einfach bin konfirm äh wer ist da gerade vom turm gesprungen konfirm doch mal bitte ja ich werde gerade angeschossen hier konfirmen jetzt dennis war traitor ok bronzen ist der nächste traiter ja die wollen wiederbeleben ja oben auf dem turm mega gut dennis dass du bronzes gleiche konfirmst und nix sagst ne das merkt man ja dann überhaupt nicht nein 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 wenn er jetzt kommt ist er überhaupt also kann ich überhaupt nichts machen ich bin wieder da freunde ja gut dass er sich dennis verraten hat ja dennis da oben da oben auf dem turm da oben denno da oben ja auf welchem turm im grünen turm wie hast du mich getötet ich habe nur deine ich habe nur deine sonnenbrille leuchten sehen ich sag dem bronzen so ich schreibe dem trailer schon bring mich um verstehe ich mich und beleg mich wieder weil die alle der fokus auf dich lagen so weißt du ja aber du musst ja dann was sagen dennis sonst ist das klar ach das war scheiße dennis du musst mir dann was sagen weil ich frage dennis du hast bronzen getötet kommt nix so absolute stille weißt du krasser shit diese map krasser shit irgendwie hat die auch was ja das ist halt so ne sniper map ne ja mach was anderes die sieht immer so silbern aus oder ja das sind alle waffen ja ne der ist wirklich so bei dieser karte der ist so chrom oder so ne hallo curry chrome boah alter tu die errorwaffe weg ja man ich wollte die doch nur leer ja wer schmeißen da was der bronzen und ich ja warum hast du mit der errorwaffe geschossen damit die keine aufnehmen kann ja guck mal oh denno was ey cool die disco ist ja auch sogar verchromt das war eine brandgranate es bin noch nicht tot der ist so schwer ja krass bronzen wo ist dennis alter hier fliegen nur waffen rum also bronzen und hayeset und dennis dennis ich hab dich nicht getroffen ich hab dich doch gar nicht getroffen ich hab dich doch gar nicht getroffen ich hab dich doch gar nicht getroffen genau das hatte ich vorher gehabt wie geil welcher hat mich übrigens gerade getötet ja ja sind die nach oben bei euch sind die nach oben bei euch Curry ist hier der will mich irgendwie töten der curry der kleine schlaminer ich töte dich jetzt curry weil du mich töten wolltest komm doch ha 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 dennis ist es warum soll ich das denn sein weil du gerade so böse gelacht hast ja weil ich den bronzer die ganze Zeit froh hatte voller vogel ha 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 was war das ihr wisst schon dass der patrick der traitor ist ja klar ist er der traitor dennis hat zugesehen aber dann ist es der bronzer ja auch gewesen ne du soll nicht zugesehen haben weil das dein ding ist weil das dein ding ist hat der patrick die leiche vom major hat er gerade gesagt dass er warte mal kurz warte mal kurz leno ich bin unten bei euch hat der leno hat der leno hat der major die leiche vom ne hat der major er wurde die leiche vom major bestätigt vom patrick ja das wäre ja dumm dann würde der das selber aufklären ja aber dann kann doch sein dass er den patrick wieder wiederbelebt hat ich bin bei euch unten eh net du ruf oder was ja glaub was du willst also ich kann nicht nochmal traitor sein weil ich es vorhin war ja zweimal ich bin definitiv kein traitor ihr könnt mich gerne abschießen wenn ihr wollt vor zwei wochen war ich traitor da bin ich jetzt keiner mehr ich bin vor drei jahren traitor geworden der curry hat mich im visier und ich hab ihn im ne ich hab auf den dennis geguckt gerade ok dann hab ich dich im visier also ich bin kein traitor also ich auch nicht also der bronzer hat mich angegriffen deswegen hat er mich also ja deswegen hab ich ihn ich sag der major wurde wiederbelebt könnt ihr mir sagen was er wollt ja sag ich auch was da hast du Patrick und äh dennis yo schieß mich ab klar ohne beweise schieß mich ab ich werde aber auch abgeschossen das ist siehst du von patrick ja das ist total random kill ihr habt gar keine beweise und schießt trägt echt ey voll leise ich hasse euch alle voll ey der one and only beweis war einfach major und wieder auf mich geschossen ja macht drück mich um LENO wo bist du denn Patrick hinter dir ne 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 ich weiß aus welcher richtung der kam aber wo ist der aus welcher richtung kam der denn LENO 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 ich würde jetzt gerne himmelsrichtung sagen aus richtung äh roter Becher beziehungsweise Eimer der ist beim Leuchtturm LENO wat 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 wo ist denn der LENO kannst du mir das auch mal durchgeben ne beim Leuchtturm war ich leider ist er trotzdem vor 15 jahren NEIN nice Alter ich möchte mich wirklich hört man mich ja ne ja ja ich möchte mich öffentlich beschweren über ey manchmal kann ich mir echt ey das ist unglaublich was ihr da tut habt ihr tomaten in den Ohren oder so ich hab's doch ich hab dir doch zugehört Alter ich sag pay set pay set pay set alles klar gewesen Dennis guckt zu Dennis guckt zu Dennis guckt zu alle so wer ist denn der Traitor ähhhh wieso ich hab dir doch zugehört ich hab's doch weiter getragen ey das hat doch grad keiner gesagt oder oh scheiß wieso wieso schießt du da Bronzo oder Bronzo schießt dich an ein Bronzo ja weiß ich auch nicht das ist Bronzo fragen das ist harter Fail da kann ich ja nix für du hast mich dann abgeknallt in der Ecke man ja weil du angefangen tu doch nicht so ich hab nur ein paar Granaten geworfen wie er jetzt die Schuld auf mich schieben will ich hab nur ein paar Granaten geworfen tu doch nicht so doof ja klar der hat ja sogar vorher noch angekündigt das habt ihr alle gehört ich schieß dich jetzt ab so weißt du ja weil du auch mich geschossen hast alles kalt ne ja ey jemand hat der wollte ihn neifen alter Patrick wollte ihn neifen wie schlecht war das denn jemand schießt oh ist doch tot Curry hat Patrick getötet ja weil er ihn grad geneift hat aber geh ihm mal bestätigen Major komm geh mal bestätigen ich werd ihm bestimmt nicht wenn du ihn tot ist ja dann geh ihn weg dann geh ich schön weg wie seid ihr denn Major geh ihn richtig weg geh ihn richtig weg komm hau ab ey Major wo seid ihr ich werd euch killen wenn er nicht Traitor ist er ist aber er hat ihn nämlich mit nem Messer gekillt ich seh den Pringelbart und wen wollte Payser töten ich seh den Pringelbart weiß nicht den Curry wollte er nicht besser nein er hat den Dennis geneift da stand doch alter Bronz ist das grad dein Ernst ich hab's nicht gesehen ich bin doch ganz woanders ich weiß gar nichts da was da los ist du brauchst gar nicht mehr komm also Dennis wurde dann geneift von Payser okay und wer hat Payser getötet ich hab ihn getötet ok Major oder Leno Curry der was denn ne ich seh dich nur Major hat mir doch grad dabei zugesehen da kommt jetzt einer hoch Achtung der muss das Leno sein ja Curry ist clean er ist clean ok gut ich vertraue euch beiden ich vertraue dem Major aber nicht ich weiß nicht warum ne ihr habt auf jeden Fall einen Traitor in der Mitte hey was hab ich denn jetzt gemacht da kommt er mich wieder hoch jetzt ja ich will nur fragen was ich gemacht habe erschreckt ja ne da brauchst du doch nicht hochkommen für ja ich will dich töten Curry ja auf jeden Fall nein ich hab nur Angst vor dir tschüss guck mal ich bin hinter dir irgendwo Curry ich töte dich ich bin Traitor wo bist du Leno ne ich gar nicht ey Leno 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 ich hab mir jetzt extra nichts sagt weil er Traitor ist so weißt du ach Leno ich spür doch nicht das Spielchen der unsichtbaren Wurst Curry wo bist du? ich hab Zeit das ist Leno man der sagt doch jetzt extra nix naja naja wo bist du alter? suchst du mich oder was? ah da hinten ist Leno Leno zielt von der grünen Base hier rüber Leute Alter wo ist der Typ? der will ich dir was vor ich schieß mal auf Leno Leute grüne Base ja mach einfach ja ich erschieß dich jetzt Leno ne musst ja du sein dann das ist warum muss er es denn sein? ja weil ihr beiden es ja nicht seid ihr würdet ja sonst nicht einfach so Payset töten oder? oder will Major Payset wieder überleben? nein 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 ich hab Major nicht ich mein ich hab Payset nicht getötet ich hab ihn umgebracht ja ich war ich hab mir ne Waffe gesucht und auf einmal hat Curry auf Payset geschossen keine Ahnung ja aber du hast ja gesehen Major er war Traitor ja das hab ich gesehen der war Traitor der Curry ist kein Traitor auf keinen Fall und der Dennis ist auch gestorben das weiß ich dass Curry kein Traitor ist und Leno sagt extra nix dann bleibt entweder Leno oder Bronze weil ich hätte den Curry da oben killen können ja ich bin's ja nicht ich hab ja wie gesagt grad auf Leno geschossen ne ja und wo bist du? ich bin jetzt hier ich geh zur grünen Base und hol den Leno ja also warum schießt du Leno an? keine Ahnung wieso schießt du mich aber wer sniped da? wer sniped da? Payset lebt Payset Payset lebt Major ja komm Major du hast ihn wiederbelebt komm Alter wo bin ich? guck mal wo ich bin ich bin mitten auf der Map wollt ihr mich verarschen oder so? ich bin mitten auf der Map guck mal ich sag euch meine Position ich bin mitten ja ich hab mich die ganze Zeit versteckt Ich bin mitten... Guck mal, Bronze, erinnerst du dich, wo ich gerade gesagt habe, Curry, wo bist du die ganze Zeit? Ich weiß schon, wo du bist. Ja, okay, Bronze. Bronze, 100... Bronze. Ja, Curry, darf ich mal kurz was sagen? Dann kannst du auch was sagen. Ja, ja, ja. Dann kann Bronze ja entscheiden, wem er glaubt. Du hast doch gerade mitbekommen, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, Bronze... Ich meine, Curry, wo bist du? Curry, wo bist du, ne? Ja. Und Curry hat die ganze Zeit nichts gesagt. Warum? Weil er dann beschäftigt war, den Patrick wiederzuholen. Nein, du warst oben in der gelben Basis. Das habe ich... Ich bin dann durch das Portal gegangen und habe mich hinter das Portal versteckt. Warte, irgendwo. Ja, ich weiß, wo du bist. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Wie soll ich von hier den Patrick wiederzuholen? Sag mir, wo er ist, Bronze. Ich töte ihn. Egal, Curry, ich glaub dir nicht. Ich glaub Major, weil irgendwie... Weil Major war schon viel zu weit weg. Das ist das Problem. Ja, Bronze, viel Spaß. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber... Leno, was ist denn los, Alter? Sag doch mal was, Alter. Oder hab ich dich jetzt wirklich getötet gerade? Guck mal, auf der rechten Wachtturmbase, ob der Leno tot ist, Major. Hier oben, wo ich gerade bin? Auf der grünen Base, ja, ja. Alter, wenn Leno jetzt tot ist, dann tut es mir echt mega leid. Weißt du, was hast du gerade bemerkt? Ich habe doch vorhin den Patrick getötet, ne? Ja, ja, weil du ihn wiederzuholen willst. Warum sollte ich ihn denn dann nochmal töten? Das ergibt doch gar keinen Sinn, Leute. Weil du mich jetzt nochmal... Hier, guck mal. Aber wieso soll... Guck mal. Hallo, merkst du das nicht, Bronze? Warum sollte ich ihn denn nochmal abschießen? Soll ich von hier hinten... Dann war das ein anderer. Ja, das ist ja scheißegal. Warum sollte ich ihn denn nochmal töten? Du hast jetzt Pazet getötet, Curry, gerade. Ja, Bronze, Bronze, ich weiß warum. Weil du gesagt hast, Pazet lebt wieder, damit Curry das nicht auffliegt bei Curry. Ohne Witz... Ey, was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ist so obvious, Mann. Ja, keine Ahnung. Pazet, wenn er jetzt wieder gelebt hätte, er hat auch nichts gesagt und ist einfach lautlos gestorben, so, weißt du. Das ist auch unlogisch. Ja, weil er gesnipet hat hier oben. Bronze, du siehst doch seine Leichte, Mann. Ja, ich kann dir nicht glauben, Curry. Ich weiß, mein Bauchgefühl sagt einfach jetzt... Ja, dann glaub mir halt nicht. Du wirst es bereuen. Ich sag's dir jetzt schon. Hundertprozentig wirst du es bereuen. Aber ist mir egal. Der Curry holt dich sowieso gleich. Ja, ich hab ja Zeit. Ich versteck mich... Ist ja eh over time. Ich versteck mich halt einmal irgendwo und dann könnt ihr mich mal. Ja, ich bin auch jetzt gleich fertig hier, leider. Nee, der Mate hat eben nicht Zeit, weil er Traitor ist. Weil er ihn wiederbelebt hat. Ich hab ihn wiederbelebt. Ja, ist egal. Ist ja egal. Ziemlich schwammig, diese Runde. Die Runde ist gleich vorbei. Jo, ist ja gleich vorbei. Wir beide so beherrern, dass er so gleich vorbei ist, weißt du? Oh Mann, ey. Hier seid mal so zwei Schlawiner, ey. Nee, aber ich kann's echt nicht sagen, wer es ist, ey. Also ich glaub eigentlich eher Major, aber ich weiß es trotzdem nicht. Ja, danke, Alter, weil das ist auch logisch, ne? Ja, rein von der Logik her wäre es jetzt so, dass du es bist. Aber man weiß ja nie, ob man irgendwo einen Fehler gemacht hat. Also, dass es Curry ist, meine ich. Ja, würde ich auch sagen. Aber wie gesagt, man macht ja öfter mal einen Fehler, ne? Man braucht ja nur... Onze, nein, ich bin's, ich bin's. Man braucht ja nur ein Detail übersehen. Onze, ich sag dir, du bist gleich tot. Nein, Onze. Ja, Major. Okay, Major. Ich hab Fehler gemacht, Curry, es tut mir leid.